Hallo zusammen, heute möchte ich euch den Spielzeugkorb unserer Katzen vorstellen und euch zeigen, was da alles so drin ist. So, dann fangen wir mal an. Wir haben einmal hier den Spielzeughandschuh. Kann man anziehen. Carly! Incredible! Incredible! Daran sind sie eigentlich nicht wirklich interessiert. So. Dann haben wir Spielzeug Nummer 2, das habe ich geschenkt gekriegt. Ein Ball an einer Schnur. So. 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 dann haben wir auch noch dieses Teil, noch drei kleine Mäuschen und ganz viele diverse Spielbälle. Die neuen Bälle, die sie zum Geburtstag gekriegt haben, sind wahrscheinlich alle unter der Couch. Sollen wir mal nachgucken. Kali. 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 Kali.